Was schießt du da? Ein Dach? Ich weiß nicht, was du bist. Ich habe irgendwas gesehen, Jenny oder irgendwas, Geschütze? Da sind nur X-Plantionen. Also eine Falle oder was? Weiß ich nicht, ich glaube eher keine Falle. Aber so viel Metall war bestimmt auch Geschütze oder nicht? Kein einziges Geschütze wird. Ja. 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 Genau. Ja. 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 O 이� cigarette. Ja. Ja. im schrank mehrere wie vorgehen hast du noch dem c4 aber da renne ich jetzt kaputt und was ein boom ja gut ich gehe jetzt auf dem ausguck es war ich sehe ich noch aber wie kann man denn so ein riesen thema ohne einheitliches geschütz verstehe auch nicht wirklich komische auf jeden fall falle sich ja so nicht unbedingt aber für einfach eine base und mit x-plans sichern ohne irgendwas merkwürdige nummer brauchst du da mal ein zwei ran oder was auf jeden fall komplett zu hast du vielleicht ganz hinten links schon schaden ach komm fick die dumme schwuchtel ich bin kacke wo ist denn eine da links hinten an der seite da sind innen auch noch welche oder was ja jo außer wisch siehst du schon irgendwelche schränke oder irgendwas eine kleine base irgendwas ja wir sind drin auch bekannt aufmachen ja kurz und was noch mal schaden gekriegt perfekt das ist deren ernst aus aber ich muss mit rpg sprengen ich habe nichts mehr das ist nur ein fucking gewächshaus ja man ja man ja mit dir nochmal raiden gehen ich mache das richtig wenn du das nicht nur in kundin ich hab 16 grott und heftig ja jetzt bin ich sauer ja genau ne ne ich habe ich mit und die ganzen Dünger und das die raiden mache ich die sporter schon ich bin dich alter aber auch weiß was da drin ist ja ganz im ernst jeder normale mensch sich jetzt auch nicht seine farmen was ich was hier sein soll mit nur x-plans und tor richtig bobby mit steigen und da wenden breiten sie sind noch garotten drinnen scheiß auf die karotten also die vergangenen jetzt kannst du alles aufsame kock viel schneller benzin 156 mitgenommen der benzin tischer zitronen wir haben zitronen was die von zitronen braucht aber ich denke sie auch so toll nicht meine farbe so ganz bauen oder singe schluff gespräch wird das ist ein verfickter petri missgebot warte mal vielleicht ist kommen wir müssen die falle bauen wir haben hier noch chance wir haben hier alles versprengen ohne richtigen loot die sachen schon mitgenommen oder was ja was ist mit dem x-plans los schießt auf wilde tiere der eine ich habe hier wieder ich bin im boot drin 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 Ey, was ist denn mit diesem Scheiß-Terror-Bird los? Kannst du den mal irgendwie... Ey. Soll ich den jetzt wirklich mit einer RPG in die Luft jagen, oder was? Kannst du mir ein bisschen helfen, vielleicht? Wäre das irgendwie ein bisschen möglich, anstatt mega frei zu stehen? Wirklich. Das wäre mega toll. Danke. Oh. Mana. Ich hab Mana von dem. Ernsthaft jetzt? Ja. Und was hatte der? Hier war noch ein Spieler. TTF. Nix. Hier lag noch ein Spieler irgendwo. Da. Da. Hier irgendwo. Hier. Oha. Ganze Raketenwerfer und RPG und P4. Los geht's. Komm mit. Ab hier. Also. Alles umsonsten. Was? Komm. 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 Was? Also noch verdient hast du? Was? Also noch was verdient hast du? Na klar. Ja. Wir haben Mana. Wir haben ein Megatherium. Oh. Das nehme ich alles mit rüber, ne? Hochladen und schieß. Aber hier brauchen wir die Falle nicht. Oh. Da Toreboot. Hahaha. Das haben wir kaputt gemacht. Uh. Das ist die Toreboot von uns oder? Was? Was sie die Wege kaputt gemacht haben? Ja. Das haben wir kaputt gemacht. Ja. Ich sehe ja nichts. Aber er kaputt gut Bullets gab das. Ah? Er hat ein paar Bullets. Bisschen Dünger. Bisschen viel Bedünger. Der fährt uns hinterher. Der fährt uns hinterher Bruder. Ähm. Kannst du mal bitte übernehmen? Steuern? Ja. Mach dich bereit drauf zu sitzen. Direkt loszulegen. Okay? Ja. Drei. Zwei. Eins. So. Los, los. Fahr, 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 fahr. Weg von dem? Hint zu dem? Ja, du darfst mich nicht fallen lassen. Wird bitte. gtf he not gonna answer stop trying not speed oh lol a guy raided a greedy house lol a female megaterium 512 mili 248 alter schwede ist nett und einen männlichen 291 mana 291 630 mili 10.000 leben und 5000 stamm alter das ist kein schlechter das ist kein schlechter kommen die noch hinterher und 240er pump gun oh nett und 8c4 7 raketenwerfer noch mal eine 235er pump gun pump gun schuss warum fliegt denn der auch da rein alter was ist los mit dem eine level 4 schnee eulen gb da freut sich david ja wir müssen zu dem lutrop zu dem lutrop war eine megaterium hochladen saft safe mhm 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 fluss megaterium beruht linie auf was schießt du da auf den spieler mit der cabanero am strand wir müssen irgendwo zu dem blut draufgegen naja ich fahre am strand entlang und so rein dahin ist einer das ist relativ verlassene insel das gut kommt aber erst runter so schlimm ich habe glaube ich auch abgehängt die werden unser boot safe suchen er kann verübeln du nimmst bitte auch eine rüstung wie habe ich batterien habe ich auch zwei bei mir links und ganz ganz links im schrank wo die sind auch drin ok ready Warte. Ausrüsten noch. Ja. Oh nee, dann geht's ja gar nicht raus. Dahinter, dahinter. Weg, 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 zurück. Da lang. Machst du unten? Heavy hinstellen. Steht. 18 Sekunden geht's los. Ich warte kurz. Runden am Boot. Ich belade noch weiter mit Munition. Ich mache mal 100 Schuss rein, eine Batterie rein und starte, dass ich 30 Sekunden runtergehe. Stormbreaker. Oh. Oh. Was? Das ist Stars. Von denen ist das Tourist. Dings. Welches Tourist? Das Tourist Boot. Ja, ja. Was wir gesprengt haben. Und da waren auch die gleichen da. Und die Farbe. Wir haben die Rietkopf genommen. Dingszäkter. 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 Oh yeah, Baby Kann ich Chibis hochladen? Ja Und hier ist noch ein Level 3 Chibi Reaper Halt dein Maul, nicht ernsthaft Ich schwör's dir Ja, geile Nummer Hochgeladen Mega, mega geil So, nehmen wir noch Cryopods mit Oder das ganze Kib, nehmen wir mit Soll ich mich noch hochladen? Mich voll machen, rüberladen? Und dann hier gleich wieder spawnen? Ähm Können wir noch mehr sichern, bevor sie das Boot heute Abend sprengen? Ja Lass mal fix gucken, was Die Happys auf jeden Fall Da hinten sind Happys drin Hier den ganzen Schrank, da den ganzen Schrank Ja, meinen ganzen Schrank nehme ich mit Hier nochmal den ganzen Schrank bitte Warte kurz Den rechten hier? Ja Ganz wichtig Alles? Ja Jo Hast du alles? Kannst du noch laufen? Noch kann ich glauben, ja Gut, ähm Ansonsten Gibt es mal irgendwas wichtiges? Wir sind Bossfall Wollen wir die ins Geschütze haben vielleicht? Ja, die behalten wir hier für die Geschütze Oder sind ja so extrem viele Ansonsten haben wir noch Lulu Zeug, oder? Soll ich hier die Batterie mitnehmen? Und meine, die Mana, also meine Mana und sowas? Ähm Ähm Ähm, 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 ähm Weil brauchen wir jetzt ja nicht Ja, die Mana laden wir mal, laden wir mal hoch, ja, ja Ja, ja, lad die Mana's hoch Auch die Mega-Loaders? Und wenn wir ganze Essen und Trinken Alles Essen und Trinken mitnehmen Also den ganzen Kühlschrank Ja, wenn's geht Jo 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 Jo